Auf die Plätze, fertig, los! Am WWG haben sich am Donnerstag hunderte Menschen für den guten Zweck eingesetzt. Das Gymnasium hat sich an einer Typisierungsaktion der deutschen Knochenmarkspendedatei beteiligt. Statt Deutsch und Mathe standen Wangenabstriche und Sponsorenläufe auf dem Stundenplan. Über 17-Jährige ließen sich mit Wattestäbchen typisieren, die Jüngeren sammelten währenddessen mit Sponsorenläufen in der Oberfrankenhalle Spenden. Dabei kamen beachtliche 11.000 Euro zusammen. Die Aktion zeigt, helfen kann so richtig Spaß machen.